Willkommen auf der Satox, heute habe ich eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre, und zwar Princess Principle, bzw. so alt ist sie ja noch gar nicht, aber ich hatte mich von einfach an quasi in diese Serie verliebt. Es ist ein Original-Anime, d.h. hat keine Vorlage, wie Light Novel, Manga oder sonstiges, und ist hierzulande erst als Simulcast bei KC erschienen, also auf Anime On Demand, und jetzt, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe, da ich ein bisschen momentan aus den News raus bin, aber ich möchte bald wieder ein bisschen zurückkommen, habe ich jedenfalls gar nicht mitbekommen, dass es jetzt schon erschienen ist. Und ich hatte jetzt am Sonntag ersten Shooting, wo ich was daraus gekospielt habe, aber da könnt ihr gerne mal auf meiner Cosplay-Seite, die unten verlinkt ist, vorbeischauen, und da wird dann auch zeitnah, wenn dann auch zeitnah Bilder dazu kommen, also ein sehr strenger Kleberpunkt. Ja, also Princess Principle, das erste Volume, mit den Episoden 1-6, ich weiß noch nicht mehr genau, wo es stand, also auch egal. Ja, schönes Steampunk-Szenario, und ja, ähm, gut, also drauf sind natürlich Sprachen Deutsch und Japanisch, auf Japanisch habe ich es schon gesehen, auf Deutsch bin ich sehr gespannt. Deutsche Untertitel sind auch mit dabei, das Ganze geht 150 Minuten, plus 50 Minuten Extras, ach, hier steht es, Episoden 1-6. Das Format ist 16.9 Full HD, der Ton ist 2.0. Als Extra ist es ein 48-seitiges Booklet dabei, Clean Opening und Clean Ending sind auch mit dabei, und die Picture-Drama Special-Episoden 1-3 sind noch drauf. Die habe ich wiederum noch nicht gesehen, das heißt da wirklich, upsala. Aua, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. So, dann, das Ganze kommt in einer echt schicken Pappbox, die man hier so aufklappen kann, was ich echt toll finde, weil wenn so eine Serie, die man sehr mag, dann auch so speziell erscheint, ist das schon echt cool. Hier haben wir gleich die Episodentitel drinne, und die erste Disc mit der guten Charlotte vorne drauf, und dahinter ist nichts weiter. Dann bleibt nur noch das Secret-File Vol. 1. Wir fangen auch richtig rum an. Dann haben wir, was haben wir denn hier? Ach, erstmal Episodenguide, fängt erstmal ganz von vorne an. Folge 2, Folge 3, 4, und 5, und dann die letzte, die 6. Und dann werden natürlich die Charaktere vorgestellt, Anja, mit den verschiedenen Outfits. Jetzt, das finde ich echt toll. Princess. Ja, da wird man fast schon ein bisschen gespoilert, wenn ich das richtig gesehen habe. Double Fee. Es ist cool, dass jeder Charakter seine vier Seiten bekommt. Was soll man hier? Wenn ich das über die Schule. Dann haben wir hier noch, wahrscheinlich Charakter, äh, Designentscheidung und Hintergrund-EDC. Alles sehr cool. Da bin ich auch schon sehr auf das zweite Räume gespannt. Und, also, ich kann euch den Anime auf alle Fälle schon mal ans Herz legen. Auch jetzt, äh, davon abgesehen, dass ich noch nie die deutsche Synchro gehört habe. Aber alleine mit Untertiteln in japanischer Synchro ist es auf alle Fälle schon was wert. Und wenn die deutsche Synchro jetzt auch noch super ist, dann perfekt. Kauft's euch. Ich verlinke's euch mal in der Videobeschreibung. Oder schaut's euch Anime on demand an, je nachdem, das ist natürlich ein bisschen günstiger. Aber wer die Box haben will, hat dann, denke ich mal, bedenkenlos zugreifen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Dann, ciao, bis zum nächsten Mal.